Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Diese Person hat herausgefunden, dass die Puzzle-Firma für alle ihre Puzzles gleichgeschnittene Teile herstellt. Wenn man jetzt also zwei oder mehrere Puzzle kombiniert, dann steht ein völlig neues Objekt! In England gibt es einen Fall von einem Pädophilen, der sich als Schulhaus verkleidet, um an kleine Kinder herzukommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey Nick, ähm, hey, ähm, ähm, nein, 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 Nick, los, ähm, für mich funktioniert es so irgendwie nicht mehr und vielleicht sollten wir andere Leute anfangen? Hau, hau, hau MÜZİK Bis zum Lübbel, bis zum Lübbel, bis zum Lübbel, bis zum Lübbel. Bis zum Lübbel, bis zum Lübbel, bis zum Lübbel.